Verspotten jetzt die Bären, die Bullen, das sieht ein bisschen so aus, zumindest mal beim Dow Jones, ist aktuell noch nicht wirklich was zu erkennen, was für die bullische Seite spricht. Weder im Wochenchart, na gut, so schnell ändert sich das da auch nicht, noch auf Tagesbasis, wenn wir hier oben rechts mal gucken, noch im 4-Stunden-Chart, noch im Nahkampf-Chart, was wir hier haben. Gucken wir es uns an, wie gehen wir denn damit um, mit so einer Situation. Wer Short ist, der kann aus meiner Sicht die Short-Seite nach wie vor weiterfahren, sollte sich allerdings ein bisschen überlegen, wie sehe ich hier, ich gewinne ab. Also wer die Short-Situation genutzt hat, korrektive Gegenbewegungen wie diese, wie diese, wie diese hier für Shorts zu nutzen oder vielleicht auf eine andere Art und Weise hier in Short eingegangen ist, Da würde ich durchaus als sinnvoll erachten, mit einem Nachzieh-Stop einfach drin zu bleiben in dem Markt, solange er weiter fällt, ist alles gut. Nur wenn er anfängt zu drehen, ja dann natürlich nicht mehr. Und wie kann man das Ganze sinnvoll abdecken? Das wäre beispielsweise mit zwei Trend folgenden Indikatoren, dem Parabolic oder dem Supertrend. Im Moment gefällt mir der Supertrend fast besser, denn wir sehen, dass er hier eigentlich ganz passend mitgelaufen ist, relativ eng. Wir haben nicht so arg viel, was wir hier noch im Risiko haben. Okay, hier in diesem großen Bild sind es immer noch 300 Punkte, aber das, was ich jetzt hier erzähle, da geht es jetzt ja auch wirklich um das große Bild. Ihr könnt das Gleiche natürlich auch auf den kleineren Ebenen entsprechend fahren, im Stundenchart, Viertelstundenchart, je nachdem, auf welcher Ebene ihr unterwegs seid. Diese Methode ist nicht zwingend immer die beste, aber ihr habt die Möglichkeit zu gucken, ist diese Einstellung, ich habe jetzt hier den Standard genommen, in dieser Zeitebene im Moment relativ gut. Und dann sehen wir, in dieser Bewegung war es fast perfekt. Wir hatten einmal die Möglichkeit rauszufliegen. Theoretisch hätte man hier wieder reingekonnt, weil wir dreiwellig runter sind. Wer sich nicht getraut hat, hat trotzdem ein gutes Stück eben mitnehmen können, dieser Bewegung. Auch hier war das nicht so schlecht. Auch in der Abwärtsbewegung war es nach wie vor, hätte ich fast gesagt, also mehr oder weniger in Ordnung. Allerdings dann doch häufiger auch mal raus. Man kann aber schon sagen, weite Teile dieser Trendbewegung sind relativ gut abgedeckt. Ob es perfekt ist, ist mal dahingestellt. Im Moment halte ich diesen hier aber für eine ganz gute Lösung, um das größere Bild, also nicht zu super reaktiv, aber das größere Bild abzudecken. Ansonsten eben Tipp, macht es halt auf den kleineren Zeitebenen. Das geht natürlich genauso. Da habt ihr die Möglichkeit, entsprechend enger dann hinterher zu ziehen. Die Logik bleibt allerdings exakt die gleiche. So, und was sagt der 5-Minuten-Chart für alle Intraday-Händler am Nachmittag? Wie gehen wir denn damit um? Naja, noch relativ stark die Abwärtsseite. Das hier ganz klar wackelig hoch. Also dieser Versuch der Aufwärtsseite, ich mache mal so ein bisschen zurück, den wir hier hatten. Ja, das sieht alles sehr korrektiv aus. Das ist noch nicht wirklich eine Einladung für die Long-Seite gewesen. Wenn man ehrlich ist, macht das nicht so den perfekten Eindruck. Intern vielleicht jetzt, dass man hier inzwischen long, aber die Geschichte ist ja eh durch. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach unten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das hier angucke, das gefällt mir alles nicht so sehr. Also da würde ich mich im Moment sehr zurückhalten. Genau das machen wir jetzt heute auch. Zumindest mal aktuell hier im 5-Minuten-Chart sehe ich da nichts, was mich verlockt, hier Geld in die Hand zu nehmen und ins Risiko zu gehen. Im Großen weiter die Short-Seite, im Kleinen keine neuen Signale, die mich irgendwie reizen, da einzusteigen. Wie sieht es beim S&P aus? Ist das auch eine verhohene Piepelung der Bullen? Es sieht ein bisschen aus danach, weil der Kurs auch runter geht, aber wir haben hier eigentlich gar nicht so eine schlechte Situation. Warum nicht? Gucken wir es uns mal an. Wir hatten doch hier vorne schon mal eine Korrektur. Können wir mal so ganz grob einpassen hier. Hier vorne hatten wir so ein bisschen so Korrektur hin und her. Wenn ich das hier oben mal anlege, dann sehen wir, wir sind so ziemlich ähnlich groß unterwegs. Also da kann man durchaus sagen, das würde doch passen. Noch dazu ist die Form, die wir hier haben. Ich mache das mal, hier seht ihr das A, B, C noch ein bisschen deutlicher oder dieses Hin und Her etwas deutlicher. Finde ich durchaus ganz passend für eine Korrektur. Wie groß dürfte denn so eine vierte Welle sein? These wäre ja, wir haben hier vorne einen ersten Anstieg. Hier war eine Pause in dem Bereich. Dann hier wieder ein Anstieg. Hier wieder eine Pause. Haben wir eine Chance für hinten nochmal einen Anstieg und damit einen klassischen Impuls nach oben? Wie groß ist der Rücksetzer insgesamt? Wie würde das passen? Und wenn wir hier mal messen, vom Startpunkt bis zum höchsten Punkt jetzt hier, dann dem vermuteten Endpunkt der Bewegung, dann muss man sagen, okay, als vierte Welle, vierte Wellen gehen gerne 23,6 bis 38,20 runter. Ja, da sind wir genau. Wir sind in dieser Zone. Also insofern wäre das durchaus passend, was der Kurs gemacht hat. Und wir können noch ein weiteres Hilfsmittel, wir können mal gucken, wie weit war die erste Abwärtsbewegung, vom Hoch bis zum Tief. Das war hier. Und dann von dem Zwischenhoch und dann stellen wir fest, das würde ja auch passen. Die können wir mal wegmachen, die brauchen wir dann nicht mehr. Aber wir sehen irgendwo hier, es ist noch alles in Ordnung. Beim S&P können wir also sagen, hier gemessen am Future, ihr seht das hier, Mini S&P 500. Das ist der Future-Kontrakt auf den S&P 500 um 16.57 Uhr. Macht einen immer noch völlig ordentlichen Eindruck für eine Korrektur. Lasst ihn eben so weit runter gehen. Das ist völlig in Ordnung. Sobald er jetzt aber anfängt, so langsam aber sicher wieder nach oben zu gehen, wäre das alles in Ordnung. Ein bisschen tiefer darf er aber gehen. Also der Future-Markt zur Not auch noch 5.230, 20, 10. Nur dann irgendwann wird das von der Symmetrie dann doch wieder sehr ungewöhnlich lang nach unten. Wird auch die Größenverhältnisse mit dem hier vorne. Also besser bald der Dreh. Es ist aber noch nicht zwingend notwendig, dass der Kurs dreht. Also das bullische Bild beim S&P nach wie vor nicht kaputt. Alles, was wir jetzt sehen, hat realistisch die Chance, einfach eine vierte Welle zu sein. Das ist eine Korrektur in einem Aufwärtsimpuls. Und in Erwartungshaltung, dass es anschließend nochmal eine fünfte Welle gibt. Das heißt, für die letzten Hochs, die wir haben und damit die Allzeithochs, dass wir die nochmal durchstoßen. Okay, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wenn wir hier das Ding da nochmal durchstoßen. Hätte doch was. Was verrät uns der Intraday-Chart? Gehen wir mal auf den 5-Minuten-Chart. Ist da irgendwie was rauszulesen, was wir sinnvoll nutzen können? Da bin ich mir noch ein bisschen uneins. Auf den ersten Blick würde ich sagen, sieht alles doof aus. Auf den zweiten Blick würde ich sagen, so schlecht ist es möglicherweise gar nicht. Ich will das mal mit euch durchgehen einfach und dann können wir mal gucken, wie ihr das bewertet. Wir haben einen Anstieg, wir haben einen Rücksetzer. Der ist höher als der Tiefpunkt, also alles in Ordnung. Dann sind wir 1, Pause, 2, 3, 4, 5. Alles gut. Dann haben wir nochmal einen Rücksetzer hier. Das ist eine vierte Welle. Und jetzt vielleicht eine fünfte Welle mit 1, 2, 3, 4, 5. Und vielleicht wegen der Überschneidung ein Ending der Joggenheit. Profis wissen, Ending der Joggens müssten eigentlich intern aus drei Wellern bestehen. Allerdings muss ich sagen, dass ich mit vielen Elliot-Wellen-Profis rund um den Globus mich unterhalten habe. Und viele das bestätigt haben, dass anders als Elliot das selber definiert hat, wir festgestellt haben, dass doch häufig so ein Ending trotzdem aus dem Impuls, Korrektur, Impuls, Korrektur, Impuls ist. Allerdings eben mit der Überschneidung. Na gut, lassen wir das mal so im Raum stehen. Dann bräuchten wir hier hinten eine Korrektur. Und Korrekturen sind durch Überschneidung erkennbar. Diese Gegenbewegung und diese hier überschneiden sich. Und damit ist das eigentlich korrektiv. Damit die falsche Richtung. Und damit hätten wir eigentlich die Chance, dass es nach oben geht. Allerdings, und da kommen jetzt zwei Punkte wahrscheinlich zum Tragen, die mir nicht gefallen. Punkt 1, das müssen wir mal messen. Ich messe mal Fibonacci vom Ausgangspunkt, vom Startpunkt bis zum höchsten Punkt. Ich persönlich mag es nicht so gerne, wenn das Tief der Korrektur unterhalb der 78,6 liegt. Warum bin ich da so eine Mimose? Weil Impulse, also wenn es insgesamt ein Impuls ist. Es gibt ja zwei Szenarien, die ich jetzt interessant finde. Erstens, ich kriege einen Impuls. Das heißt, ich habe vorne einen Impuls, eine Pause, in der Mitte einen Impuls, eine Pause und hinten nochmal einen Impuls. So, wir sind aktuell quasi gerade hier. So, fände ich super. Wenn ich das bekäme, dann hätten wir die Erwartungshaltung, dass es bald steigt. Was ich auch noch in Ordnung finde, es könnte ja auch sein, dass es Impuls ist, Pause und nochmal Impuls und dann hört er auf. Dann dreht er doch nach unten weg. Das ist dann ein Zigzag. Wir sind dann auch hier. Das weiß ich jetzt nicht, wenn es das wäre, welches dieser beiden Szenarien es ist. Das ist mir aber auch im Zweifelsfall völlig wurscht. Denn wenn ich hier irgendwo einsteige, ist mir das erstmal egal, ob er nur bis dahin steigt und später noch weiter oder nur bis dahin und danach runter. Ich habe erstmal eine realistische Chance, weit weg vom Einstieg zu kommen und dann irgendwo Gewinne entweder mitzunehmen an einer fixen Zielmarke oder mit einem Trailingstop hinterherzuziehen. Das haben wir eben ja beim Dow angeguckt. Das Problem ist nur, dass diese beiden Signale, nämlich sowohl diese Zigzags als auch die Impulse, die ich beide gerne grundsätzlich handele, weil sie mir gute Chancen im Nachgang mitbringen, klassischerweise von der Wahrscheinlichkeit keine so tiefen Rücksetzer haben. Die Marke von 78,6 ist willkürlich gewählt. Das haben wir gemacht, weil es halt auch eine Fibomarke ist, weil ich das dann immer leicht sehen kann. Ihr könnt die Logik auch mit 80% machen, auch mit 81,92538. Das spielt keine Rolle. Aber irgendwo hier ist die Wahrscheinlichkeit deutlich unter 10%, dass es entweder ein Zigzag ist oder ein Impuls, weil Impulse und Zigzags typischerweise diese Korrektur, diese Korrektur nicht so tief machen. Und wenn ihr jetzt sagt, doch, doch, das haben wir doch schon gesehen, zum Beispiel auch hier, da ist doch auch diese zweite Welle, die ich angesprochen habe, so fast wieder auf dem Ausgangspunkt. Ja, es ist nur statistisch halt unter 10%. Möglich ist es allemal. Aber ich würde, wenn ich jetzt behaupte, naja, es muss nach oben gehen, wäre ich statistisch klar im Nachteil, weil ich jetzt im Prinzip davon ausgehen muss, naja, es ist zwar wenig wahrscheinlich, dass jetzt ein Impuls oder Zigzag passiert, aber ich mache das mal. Das ist der Grund, warum, wenn der Kurs unter dieser 78,6er fällt in der Korrektur, wir sagen, ja, komm, dann lass man sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht einen Impuls oder Zigzag kriegen, ist mir dann deutlich zu hoch. Ich meine, es kann auch noch andere Varianten geben. Es kann ja sein, dass er dann noch bis hierhin irgendwie läuft und dann hat man trotzdem vielleicht noch einen Gewinn. Aber eben nicht die großen Gewinnseiten und dann habe ich schlechtere Chance, Risikoverhältnisse, die Trefferquote muss dann entsprechend passen. Das finde ich als Kombination dann meistens unattraktiv. Deshalb für mich ist das so der Killer, wenn er da durchgeht, dann sage ich mir, naja, gut, dann lass mal stecken. Also insofern bin ich aus dieser Long-Überlegung aktuell raus. Und noch ein zweites Argument. Ich finde es immer ganz klasse, wenn die Hauptbewegung, der Anstieg, also in dem Fall der Anstieg, und die Korrektur ähnlich schnell oder vielleicht die Korrektur sogar langsamer ist. Ich habe hier mal gemessen, das ist der Anstiegswinkel, also der für den Bullenmarkt in dem Fall. Das ist hier für die schnelle Abwärtsbewegung, die ist mir einfach zu schnell. Warum haben wir so eine heftige Dynamik hier nach unten in einer Situation, die wir ja eigentlich als Pause definieren? Schlaf schneller Genosse ist meistens nicht so ein gutes Ding. Also Pause sollte schon auch entsprechend Zeit mitbringen. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass dieser Punkt jetzt hier rechts von dieser Linie ist. Das ist nicht zwingend notwendig, aber es sollte zumindest nie so weit abweichen davon, weil dann ist mir das ganz schön hektisch hier an der Stelle. Verdacht also in dem Fall, dass es mit dieser bullischen Seite nichts ist. Jetzt habt ihr so ein paar zusätzliche Hilfsmittel, um besser zu identifizieren, in welchen Stellen sowas sinnvoll ist oder entsprechend nicht. Also insofern S&P 500, in dem Fall der Future, gefällt mir auch nicht. Ich habe den Verdacht, es geht noch mal runter, Verdacht auf vielleicht ein Leading hier, dass wir ein Leading haben. Wenn es sehr korrektiv hoch geht, sind das noch mal Short Chancen. Ich handele normalerweise nicht, wenn es vorne ein Leading ist. Auch das hat was mit Statistik zu tun. Man kann es aber anders sehen. Es wäre zumindest aus meiner Sicht eher das Abwärtsbild, was hier weiterhin überwiegt. Und dementsprechend tiefere Punkte als das ist, aus meiner Sicht realistisch. Und eben noch ein bisschen Ausbau Richtung gelbe Marke 5244, beziehungsweise vielleicht auch noch bis zu der unteren 5213 irgendwas in der Richtung. Wäre immer noch okay für die Bullen, wenn auch mit einem weinenden Auge. Wäre aber kein Drama. Nur dann sollte er auch so langsam drehen. Nicht, dass der dann anfängt auf einmal doof zu überschneiden, wie das der Dow hier schon gemacht hat. Und wir müssen uns gleich den DAX diesbezüglich noch mal angucken. Jetzt haben wir sehr lange über den S&P gesprochen. Gucken wir ganz kurz auf Nasdaq. Da sind wir auch noch weit weg hier in der Überschneidung. Hier gilt grundsätzlich das Gleiche. Lass den Kerl doch hier mal ein bisschen korrigieren. Ich kann auch hier mal schnell diese Zeichnung mal machen. Also wenn wir da mal gucken, wenn das die vierte gibt. Also er hätte selbst bis zur 23 6er Fibomarke. Das ist nicht gesetzt, dass er da hin muss. Aber das wären vernünftige Größenordnungen für so eine Korrektur. Also das sind nur so Orientierungspunkte, die wir da haben. Ich muss sagen, hier haben wir jetzt A durch die A, B, C Variante ungefähr knapp unter der 18600er. Auch hier der Mini Nasdaq, der Future. Da hätten wir eine Unterstützung. Also ungefähr hier auf diesem Cluster fände ich einen Dreh eigentlich ganz interessant. Da haben wir noch so ein bisschen vielleicht noch aus diesen Vorgeschichten hier eine gewisse Unterstützung. Da kann ich mir vorstellen, dass einige da an der Stelle auch sagen, wir sind zwar mit den Tails drüber, aber machen wir uns nichts vor, diejenigen, die nur auf den Linienchart gucken und damit nur die Schlusskurse quasi beachten, die werden dann sagen, guck mal, das passt auch noch hier. Ich bin kein Freund davon, weil der Kurs, also guckt nicht so gerne auf den Linienchart. Weil ein gutes Beispiel ist, schaut mal hier, da war das echte Hoch und hier ist der Kurs am zweiten Hoch gewesen. Hier sieht es aber andersrum aus, weil der Schlusskurs hier anders war. Ich bin da kein großer Freund davon, denn immerhin haben Leute hier Geld investiert, haben hier das Schwitzen angefangen oder die Begeisterung, je nachdem welche Richtung, weil sie hier Geschäfte gemacht haben. Und insofern ist das ein wichtiger Kurs, den ich nicht einfach rausfiltern würde, durch einen Linienchart beispielsweise. Na gut, also insofern, wir hätten auch hier noch ein bisschen Platz. Die Marken haben wir genannt. Von der Seite aus unsere erste Long-Situation, die wir hier schon mal gesehen haben mit der Umkehrkerze, da hat der Markt gesagt, ja, nice try. Aber damit müssen wir rechnen. Ich sage ja immer wieder, diese Umkehrkerzen sind nicht deshalb so toll, weil sie immer funktionieren. Diese hier hat nicht funktioniert. Sondern sie sind deshalb so attraktiv, weil wenn sie funktionieren, dann in der Regel relativ viel gewonnen wird. Also jetzt hier zum Beispiel auch da viel gewonnen wird, auch hier viel gewonnen wird und so weiter. An diesen Punkten auch hier viel gewonnen wird. Wenn die mal gut gehen, verdient man relativ ordentlich dabei. Wenn sie nicht gut gehen, hat man halt ein relativ, weil die Verlustspanne nicht so groß ist, einen relativ überschaubaren Verlust. Das hängt natürlich immer davon ab, wie viele Punkte ihr euch da leisten wollt oder könnt. Aber gemessen am Chart zumindest mal ist die Spanne relativ übersichtlich. Und in dem Fall hat es halt nicht geholfen. Im Moment also kein gutes Zeichen, wenn die Marktteilnehmer ein bullisches Signal bekommen, aber sagen, glaube ich nicht dran. Und das ist das, was sie hier gemacht haben. Also insofern bin ich mir relativ sicher, dass wir auch diese Marke jetzt nochmal unterschreiten und auch nochmal so Richtung 600 gehen. Also 50 Punkte nach unten halte ich für sehr realistisch. Der 5-Minuten-Chart hier deutet das ebenfalls ja an, dass im Moment nicht die Aufwärtsseite ist. Also weiter auf der Short-Seite. Aber zusammengefasst, Nasdaq noch nicht im Umkehrmodus, noch nicht wirklich bärisch. Er dürfte tiefer, er darf auch tiefer gehen als die 600er Marke. Also nicht jetzt missinterpretieren. Ich habe jetzt hier die zwei Linien, wenn er da durchgeht, ist das Bild für die Bullen kaputt. Es ist irgendwo in dem Umfeld realistisch, dass wir einen Boden finden. Aber selbst wenn er noch bis hier hin runter geht. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen. Gucken wir nochmal ganz kurz, wie lang hier die Rücksetzer waren, so von der Größenordnung. Also selbst wenn wir so ähnlich sein wollen wie hier beispielsweise, hätten wir auch noch Chance bis 18.500 runter in etwa. Also wir müssen nicht da drehen. Aber da würde ich die nächste sinnvolle Chance erachten. Und wenn wir dort vielleicht im Tageschart, vielleicht im 4-Stunden-Chart oder auf anderer Zeitebene, die nicht zu kurzfristig jetzt ist, eine Umkehrkerze kriegen, dann würde ich sagen, nächster Versuch, das gehe ich mal ein. Denn die Chance, dass es da abprallt und ein gutes Stück nach oben geht, ist relativ groß. Na gut, also das mal so im Hinterkopf Nasdaq entsprechend noch völlig in Ordnung und der DAX. Das ist jetzt hier der DAX Future, die Zeichnung, die wir hier zuletzt hatten. Und wenn ich das mir angucke, wow, 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 mega knappe Sache. Ja, also die spielen mit dem Feuer, was das hier angeht. In dem Fall auch der Future. Gucken wir hier vielleicht mal besser, oder auch auf den Index. Schauen wir mal, wie es da entsprechend aussieht. DAX Index hat noch ein bisschen Platz. Wie kann das sein? Naja, der DAX Index oder der DAX Future, so muss ich sagen, hat durch seine Verfallszeiten immer wieder Sprünge mit drin. Und dementsprechend ist es so, dass er ein bisschen niedriger notiert. Also im Index, also der Future jetzt aktuell niedriger notiert. Insofern aktuell ist der DAX Index noch safe. Also auch hier der Rücksetzer, den wir hier haben, ist zwar ein bisschen größer als das, was wir hier hatten. Können wir auch mal so ganz grob messen. Bin mir noch nicht so ganz sicher, wie wir die aufteilen müssen, diese beiden. Ich mache jetzt mal ungefähr so. Dann können wir mal schauen. Auch nett, aber nicht das, was ich wollte. Ich den nicht mehr weg. Komm, machen wir alles weg und machen wir nochmal neu. Wenn er zu blöd ist, mir den wegzumachen. So, dann machen wir das mal hier. Verschieben den mal hier. Stell mir fest, wir sind schon ein bisschen größer im Rücksetzer. Aber aus meiner Sicht grundsätzlich noch normal. Vergleichen wir auch hier mal, falls das eine vierte Welle sein sollte. Die Größenverhältnisse. Dann sollten wir aber auch bald drehen. Ihr seht, hier ist noch eine 50er Marke. Es muss nicht nur bis zur 38er gehen. Es ist auch realistisch, dass der Kurs noch ein bisschen tiefer geht. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit wieder abnehmend. Nicht jetzt als gaussische Glockenkurve. Aber man kann irgendwie so. Weil es ist jetzt sehr unsauber gezeichnet. So in etwa kann man sagen, sind vierte Wellen verteilt. Das ist jetzt sauhässlich und auch wirklich nicht originalgetreu. Aber nur, dass ihr das versteht. Was meine ich damit? Es geht nicht darum, dass exakt an einer dieser Linien da irgendwas passiert. Sondern es geht darum, wo ungefähr sollte ich erwarten, wird die Masse der vierten Wellen zu Ende sein. Und da ist so der Bereich vereinfacht gesprochen zwischen 23.6 und 38.20 ganz hilfreich. Wir wissen zusätzlich, dass viele Fibro-Händler ja diese Marken auch nutzen. Deshalb passiert es sehr häufig, dass es sogar nicht nur in dem Bereich, sondern sogar sehr häufig exakt an so einer Linie dreht. Aber für die vierte Welle ist das erstmal egal. Es muss also nicht exakt an so einer Welle drehen. Das ist dann nur sozusagen ein Zusatz-Gimmick, dass die Marktteilnehmer sich daran halten. Vielleicht kriegen wir heute einen Hammer. Na ja, so richtig schön mit dem Tail da oben ist es nicht. Der ist für meinen Geschmack, um richtig schön zu sein, ein bisschen lang. Aber immerhin haben wir eine ganz gute Grundidee für Dreh an der Stelle. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal in den kürzeren Zeitebenen an. Gucken wir mal hier im Vier-Stunden-Chart. Da haben wir auch so ein bisschen Pseudohammer. Ich mag das nicht, wenn der zu viel Tail auf der Oberseite hat. Vielleicht bin ich da auch zu eingegangen. Also das hier finde ich besser, wenn er weniger hat. Hier ist ein bisschen arg viel. Aber es ist natürlich eine Idee, einfach mal zu sagen, okay, man steigt jetzt hier an dieser Kerze quasi an der Oberseite ein, Unterseite ist Stop und sagt sich, wenn er jetzt wirklich dreht, ist gut. Und wenn er nicht dreht, fliege ich halt raus und muss es halt notfalls nochmal versuchen. Gucken wir uns den 5-Minuten-Chart an. Muss ich allerdings abschließend noch feststellen. Der Teil gefällt mir super. Super, klasse. Das ist okay. Aber was ist das jetzt? Da habe ich Sorge. Das gefällt mir gar nicht. Für eine Aufwärtsrichtung ist das alles nicht attraktiv. Also insofern für mich im Moment noch nicht zu handeln. Ihr seht, ich bin da manchmal sehr pampe-muselig. Ich bin auf Wartehaltung für einen Dreh. Aber keiner der Indizes gibt mir in diesem Moment ein gutes Einstiegssignal, worauf ich richtig Lust habe. Und jetzt gucken wir nochmal ganz zum Abschluss den DAX Future nochmal an. Der sieht nämlich ein bisschen besser aus, was hier das angeht. Wir haben hier ersten Anstieg, einen Rücksetzer, Anstieg, Rücksetzer. Hier hinten möglicherweise ein Ending. Wenn das, was wir hier jetzt bekommen, sehr korrektiv aussieht, hin und her wackelnd, vielleicht auch eine sehr deutliche ABC-Geschichte und dann in diesen Bereich reinläuft. 38, 20, 50, 61, 8. Dann würde ich den DAX Future tatsächlich mir überlegen, naja, wir haben ja aus dem DAX gesehen, wir haben eine realistische, also aus dem Index, realistische Chance aus dem Dreh. Im 5-Minuten-Chart ist das Verhalten hier, ist das Verhalten hier, was die Marktteilnehmer zeigen, absolut in Ordnung. Mir wäre es jetzt allerdings wichtig, dass die Seite ganz klar korrektiv ist. Ich möchte hier wirklich sehen, dass die Gegenseite schwach ist. Ich möchte jetzt hier nicht sehen, dass es steil runtergeht mit starken Flanken, dann auf keinen Fall long. Aber wenn das sehr korrektiv ist, wäre das etwas für die longen Seite. Vielleicht nicht mehr für heute, vielleicht aber im Laufe der Nacht, dann gibt es ein bisschen Pause, aber dann morgen im Laufe des Tages wäre das etwas, vielleicht im Laufe des Vormittages, könnt ihr ja nochmal drauf gucken, ob das was für euch ist. So, das Video war jetzt etwas länger. Ich hoffe, dass es euch trotzdem Spaß gemacht hat und ein bisschen zusätzliche Erkenntnis. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr die richtigen Entscheidungen fällt, dass ihr das Beste aus dem macht, was die Märkte euch bieten. Ich sage ganz liebe Grüße. Und vielleicht noch zum Abschied, weil ich es hier gerade oben sehe beim DAX Future. Das sieht schon ein bisschen besser aus, weil der Tail ein bisschen kürzer mir erscheint beim Future. Hier als Umkehrkerze. Möglicherweise kriegen wir hier ja dann tatsächlich passend zu dem, was wir hier sehen. Auch ein Umkehrsignal hier im Tageschart, was ich durchaus nicht unattraktiv finde. Und einige werden vielleicht sagen, guck mal, hier haben wir eh eine Unterstützung. Lass uns zumindest vorläufig mal nach oben gehen und dann kann man immer noch gucken, ob man dann sinnvolles Stop-Management macht. Na gut, DAX also der schönste von allen, kann man fast schon sagen. Die anderen allerdings auch jetzt kein Drama, außer der Dow Jones. Der ist ganz klar nicht auf der in irgendeiner Form bullischen Seite. S&P und Nasdaq sind zwar aktuell bärisch, aber immer noch im absolut ordentlichen bullischen Gesamtbild. Da ist noch kein Drama zu sehen. Müssen wir also gucken, ob das sich in den nächsten Stunden oder eventuell Tagen bewahrheitet und der Kurs dann im Popo auch wirklich hoch kriegt. Wir werden es sehen. Euch alles Gute und liebe Grüße.